Freunde, wir befinden uns nicht in der Crack-Küche, sondern in einem typischen Bodybuilding-Haushalt für unterwegs. Wir sind hier in Darmstadt. Und was hat Bodybuilding und Darmstadt miteinander zu tun? Genau. Wir verbringen den heutigen Tag mit Markus Rühl. Hier seht ihr noch die Reste vom Frühstück. Auf der Herdblätter natürlich auch noch Protein-Powder, Polacco-approved. So zieht sich das durch. Zwischen Haferflocken und Supplements und noch irgendeiner Pfanne in Benutzung überlebt man unterwegs. Denn wir sind bis Wochenende auf Achse. Sprich, es muss alles dabei sein. Es wird auch hier auf Tour, sag ich mal, nicht geschlafen, sondern wir versuchen alles zu geben. Wie gesagt, plus minus 200 Tage noch bis zum O. Und wir lassen hier nichts auf der Strecke. Aber, was jetzt geplant ist, ist ein Einkauf. Es geht weiter mit Fressen natürlich. Wie soll es auch anders sein in der Off-Season? Warum Einkauf? Ja, gute Frage. Markus Rühl hat mir gestern die Nacht geschrieben, hey, bring mal deine Einkäufe mit für den Aufbau und die Diät. Und er geht auch noch später einkaufen und bringt die mit. Und was wir eingekauft haben, das seht ihr bei ihm dann im Video. Und jetzt geht es ab zum Einkauf. Im Kaufland hast du rausgesucht. Es liegt auf dem Weg. Wo ich damals noch in Stuttgart gewohnt habe und auf der Sportschule war, war ich immer beim Kaufland. Weil da hat Trick 17 in der Gemüseabteilung so ein bisschen anheben, wenn ihr es auf die Waage legt. Und dann habt ihr da, keine Ahnung, habe ich immer sechs, sieben Zucchinis geholt für 14 Cent. Und das auf der Kasse ist nie aufgefallen. Ich wusste, dass du geizig bist, aber so geizig. Ich war jung und brauchte das Geld, soll ich dir sagen. Das Huhn war schon teuer genug, aber auch beim Huhn gibt es diese 30% Sticker, die kann man dann online bestellen und draufkleben im Laden. Wer mehr Hacks will beim Einkaufen, freuen die, ich kenne sie alle. Wir finden uns hier wieder im schönen Kaufland Darmstadt. Wir gehen jetzt mal rein und schauen, mit welchen Lebensmitteln wir den Markus mal richtig triggern können. An Lidzsch natürlich auch dabei. Alicia, hast du eine Idee? Für was? Herr Lidzsch ist abwesend. Und um das Ganze natürlich in Ehren von Markus Rühl zu machen, werden wir auch gleich das Ganze im Tank verbringen, habe ich mir gedacht. Einfach weil die Sonne so schön scheint und weil wir alle wahrscheinlich das legendäre Markus Rühl-Einkaufsvideo kennen, mit dem ich mich jetzt auf keinen Fall gleichstellen will. Da fehlen mir wahrscheinlich noch 40 Kilo trockene Muskelmasse, aber wir machen die, wie sagt man, die Neuverfilmung. Die Diaryl-Cap und du meinst, die kippen wir auch noch am Start. Dann ist das weiße T-Shirt, das weiße Tanktop, kannst du dir hier was einblenden von dem Einkaufsvideo. Die Frau auch dabei, nach dem Einkaufen hat der erst mal eine Sportzigarette geracht, also wenn wir hier noch Kippchen finden, dann müssen wir die uns auch anzünden, aber ich weiß nicht, ob das stattfinden wird, aber Tanktop haben wir am Start. Los geht's. Oh, die kann man hier so nehmen. Ich muss ja auch mal den freundlichen Bodybuilder rauslassen, nicht immer nur den abgefackten. Geh, Schatz. Ja, sehe ich auch so. Spargelze oder Tiefkühl? Nehmen wir Tiefkühlgemüse. Spargel für 3,99 Euro, sehr dicken Stauden. Können wir nicht gebrauchen, aber hier Bananen. Immer gut. Aber hier können wir auch das Beispiel bringen, wie man jetzt billig Bananen einkauft. So, Freunde. Habe ich kurz mal für 20 Cent die Bananen eingekauft hier. Das sind die Hacks. Aber dafür nehmen wir für 2,30 Euro Ananasstücke. Wir werden genau heute, glaube ich, in 5 Jahren. Was denn? Dass wir nachher an der Kasse stehen und genau heute. Ach, wir sind nicht von hier. Janjebjem. So, Janjebjem. So, hier ist der Markus bestimmt auch Ananas. Ganz gut hier mit Verdauungsenzymen und so. So, Kalitsche. Ja, hör mal. Was ich mir auch manchmal ganz gern mitnehme, einfach, muss ich gestehen, fucking Schlemmerfilet. Weil das ist eigentlich ganz gut von den Werten. 8 Gramm Fett auf die ganze Packung. 40 Gramm Eiweiß. Und im Endeffekt ist es Fischfilet. Und da ist halt ein bisschen Gemüse dazu. Also, manchmal habe ich auch Bock auf sowas, deswegen. Garnelsche. Oha. Bekannteste Bodybuilder-Gemüse der Welt. Kaiser-Gemüse. Habe ich gehasst und irgendwann dann lieben gelernt. Richtig, Freunde, Gemüse essen. Ziefgefrorene Beeren, da man gehört hat, wenn die schockgefrostet werden, sind da mehr Vitamine und so drin. So, haben wir genug Gemüse geholt, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Proteine. Viele haben ja immer Angst vor Milchprodukten. Oh, das speichert Wasser und was weiß ich. Aber ich ganz ehrlich, komme darauf gut klar bis zu einer gewissen Menge. Deswegen Körniger Frischkäse. Kann man auf jeden Fall machen. Schmeckt geil. Zudem holen wir auch noch einen Skier. Da könnt ihr euch nämlich einen Fake-Milchreis machen, das ultimative Low-Carb-Gericht. Da nehmt ihr 500 Gramm Skier, klatscht euch den Frischkäse hier rein, mischt ihr das, macht noch ein bisschen Toosie Plus oder ein bisschen Final-Protein-Milky-Chocolate rein. Dann habt ihr so eine fette Protein-Bombe, bestehend eigentlich nur aus Protein und das schmeckt dann durch den körnigen Frischkäse wie so ein bisschen Milchreis. Und wenn ihr da noch Früchte rein macht und so, gibt es nichts Besseres. Da ist ein bisschen Zimt drüber und dann habt ihr keine Carbs, aber ich glaube 120 Gramm Eiweiß und ordentlich gesättigt in der Diät. Wir gehen doch zu Markus Rühl, dachte ich. Was soll man nehmen? Hack oder Schatzi? Du als alte Veganerin kannst du doch bestimmt hier wertvolle Tipps geben. Nein, ich nehme ein Liste. Liste. So, ein weiteres Milchprodukt hier. Skier haben wir dabei. Wie gesagt, der Fake-Milchreis, das beste Leben. Nehmen wir mal einen mit. So was esse ich gerade gern abends vorm Schlafen gehen, weil ihr durchs Milcheiweiß auch einen gewissen Casein-Anteil habt und es dann langsamer, verdauerlich über die Nacht schön versorgt wird. Genau, was fehlt? Kohlenhydrate. Wir sind im Aufbau, Freunde. Da müssen die Carbs reinknattern. An Carbs nehmen wir uns, oder esse ich überwiegend, Reis. Unter anderem auch Instant-Rice-Pudding. Den haben wir nicht im Kaufland da, aber nehmen wir einfach ganz normalen Reis. Jasmin-Reis mal mitnehmen. Der ist so ein bisschen luftiger. Eigentlich ist egal was. Da gibt es ja auch immer die Philosophen, die sagen, ich brauche Wildreis, braunen Reis. Das ist alles derselbe, Rotz. Hauptsache, rein damit. Den brauchen wir nicht. Nudeln esse ich generell wenig. Ich verdaue die nicht so gut. Aber was auch geil ist, haben wir hier, was ich jedem Schüler, Studenten etc. empfehlen kann. 69 Cent, 500 Gramm Haferflocken. Was wir aber auch geil haben, ist, wenn wir einfach mal hier rüber schwenken, die Thunfischfilets aus der Dose. Auf die haben wir natürlich, geh weg hier im nativen Olivenöl, auch nicht im Sonnenblumenöl, im eigenen Saft und Aufguss für 1 Euro. Genau das sind die richtigen für den legendären Thunfischshake, der heute zubereitet wird. Schatz, du isst auch eine Dose, oder? Ja. Mal vier Stück mit, oder? Aber auch da müsst ihr aufpassen. Zu viel aus der Dose ist bezüglich Quecksilber auch nicht so ideal. Das Argument wird Markus nicht gelten lassen. Ja, Markus Rühl kennt sowas nicht. So ein bisschen Gewürz noch, geht zum Dranmachen, ja. Der Löwensenf extra stark. Oder mein Favorit, der Dijon-Senf. Der ist schon ultra episch und den könnt ihr euch auf jeden Fall so als kleine Soße drüber machen. Gerade in der Diät, was ganz Feines. Genau, was auch nicht fehlen darf, so eine kühle Pepsi Max aus der Dose. Das kann schon was. Davon sauf ich jetzt auch nicht zu viel. Das ist auch nicht so gut für bezüglich Verdauung. Die Frau muss natürlich die Flaschen tragen, so wie sie es gehört. Sehr schön. Wovon ich tatsächlich auch krasser Fan bin, sind so Säfte und so. Und da rote Beete-Saft, das ist geil. Und was ich auch absoluter Fan bin, ist Kokoswasser. Da nehmen wir auch eins mit. Denn Stichwort Hydration, Mineralstoffe und die ganzen Elektrolyte. Habt ihr alles im Kokoswasser mit drin. Rote Beete-Saft. Ich schwöre es euch, trinkt mal einen halben Liter vorm Training. Ihr kriegt den Pump, Freunde. Das könnt ihr nicht glauben. Rote Beete, gut fürs Herz, gut für Durchblutung. Ja, auch sowas hilft, um die Blutwerte stabil zu halten. Und stabil wollen wir nicht nur von außen sein, sondern auch von innen. Gewürze, auch wieder so ein Ding. Könnte ich Stunden drüber quatschen. Aber, was mir immer ganz wichtig ist, irgendwas, dass das Essen nicht ganz scheiße schmeckt. Jetzt haben wir hier Paprikawürze. Heute mal hier Knoblauch als Pulver. Normal gönne ich mir das als Zähne. Dann ist es einiges wertvoller, gerade auch für die Herzgesundheit. Pfeffersalz haben wir tatsächlich in der Unterkunft. Und ja, damit kommt ihr auch gut zurecht. Zimt auch ganz wichtig zu den Kohlenhydratmahlzeiten. Denn Zimt sorgt zur besseren Kohlenhydrataufnahme. Und das wird dann besser gespeichert. Deswegen zu euren Carbs immer ein bisschen Zimts decken. Und dann könnt ihr auch gewürztechnisch noch was rausholen. Fertigwürze gibt es eigentlich nur aus den USA gute. Die Mrs. Dash Gewürze, weil die sind salt-free. Finde ich immer ganz cool, weil dann könnt ihr euer Salz immer selber dosieren. Was auch ganz wichtig ist beim Einkaufen. Da sehen wir schön, eure Freundin die Sachen aufs Band liegen lässt. Und auch ins Auto werden die Sachen von der Madame eingebracht. Hier ist noch was. Ja, Schatzi, das Wasser. Sollen wir noch ein Zampnill machen? Die Einkäufe werden erledigt für heute, Freunde. Wir haben alles mit eingepackt. Wir haben einige hundert Gramm an Proteinen. Dafür, damit sollten wir versorgt sein für die nächsten zwei Tage. Was genau wir mit den Einkäufen anfangen, werdet ihr bei Markus auf dem Kanal sehen. Wir packen jetzt alles ein in den Karren und los geht's. Ich muss jetzt weiter. Ja, ja, komm. Ich muss jetzt mal... Ah, das war ein Bildung für meine Frau? Nee, das ist auch noch nicht. Das ist schön. Warst du auch nicht sehen da bei mir? Du warst schon voll im Geschäft. Scheiße. Du hast was. So, was passiert denn jetzt? Ah, machen wir jetzt. Jetzt gibt's ihn. Es gibt's den legendären Markus Röhr Thunfisch Protein Shake. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Wie oft hast du das gesoffen damals? Na, schon oft. Wie oft, wenn ihr es nicht fressen wollt. Na, Fals? Schon oft. Also, so sieht's aus. Wird das auch was für deinen Ernährungsplan? Ja, tatsächlich schon. Aber noch bin ich ja in dem Luxus, dass ich abends noch hungrig schlafen gehe. Weil ich muss gar nicht so viel fressen, um aufzubauen. Also, von dem her geht das ganz gut. Alicia macht gerade das Salzstreuer noch sauber. Warte mal. Ein bisschen noch warten. Das Salzstreuer muss erst noch sauber gemacht werden. Darf ich das Meisterwerk hier überlassen? Achtung. So, Thunfisch Protein Shake. Damals haben sie alle gemeint, der Müll hat's nicht. Alles läuft, da kein Mensch. Du weißt dann, dass du damit den Legenden startest nochmal. Ich weiß aber gar nicht, ich hab das gar nicht verstanden. Das war jetzt nicht irgendwie ein Video, wo ich dachte, boah, ich mach jetzt mal was Schlimmes. Ja. Ich hab auch gedacht, ja, ich trinke das und dann zeige ich das halt. Also, das ist jetzt, ich verstehe das halt auch gar nicht, warum da Leute sagen, boah. Ich hab jetzt echt nicht gedacht, dass das so spektakulär ist. Ohne Mist. Also, einfach rein. Wie ist die genaue Zubeleitung davon? Ja, zwei Dosen rein. Hier ist noch mal eine. Ich bin da relativ schmerzfrei. Ich mach jetzt aber farbes Wasser rein und das ist die Marie. So komplett mit allem reinkippen, oder? Warte mal, mach mal ein bisschen farbes Wasser rein. Ja, ja, alles rein. Machen wir mal Wasser drauf ein bisschen. Weil, wenn du es jetzt warm trinkst, musst du denken, das mag schon ein bisschen neutralisieren. Weil, das wird dann, das wird letztendlich wie eine Fischsuche, was du? Mhm. Das ist ja, das sieht richtig spektakulär aus. So, jetzt holst du jetzt hier einfach ein bisschen Salz rein. Nach Gefühl? Ich weiß nicht, ja. Ja, das ist schon so ein Gefühlsverlag. Pfeffer, nicht ganz so viel. Tomatenmark. Das habe ich damals jetzt nicht gemacht, weil ich keine hatte. Wann hast du denn das erste Mal so gesoffen? Von Anfang an von der Diät. Guck mal, das war 95, ja? Die große Preis von Hessen Vorbereitung. 98 bin ich gebraucht. Ja. Keine Kohle gehabt, was frisst du? Quark und Tonfisch, der ganze Tag. So, ich habe immer gegessen Tonfisch mit Tomatenstückchen, ne? Und so rohe Zwiebeln dazu. Und irgendwann hatte ich keinen Bock. Und dann habe ich mal den Kollegen gesehen, der hat immer so ein Eiweißshake gemixt, ne? Nö, stimmt. Ja, mache ich es halt in meinen Mixer, ne? Dann habe ich den Tonfisch rein, dann machen wir das Wasser drauf und gut, wallywally. Ein bisschen Wasser dazu. So, jetzt haust du die Scheiße im Mixer. Aber wir haben keinen Besser. Deckel haben wir nicht? Nein. Ey, das ist mal vor, ich sage mal so. Ja, aber jetzt wird es Katastrophe. Geh mal durch, ja. Ne, haben wir einen Teller oder so? Ähm, haben wir einen Teller, ja. Weil der ist ja flach. Ich habe das Vorbereitung, hier. So ist das, wenn du mit Amateuren arbeitest. Aber hier ist ein, weißt du, so ein flaches Brett vielleicht? Ja. So ein Schneidebrett. Nein. Da ist er eins. Das ist so dumm jetzt, ne? Nein, nein. Ja, das ist schmal. Nein. Markus. Ja, der ist zu klein. Oder? Hm. Das geht. Ja, wenn du es raus spritzt, bist du schuld. Da hältst du einfach so. Ja, nochmal zu. Warte. Ich starte aber langsam die Maschinen, wie geht denn das? Jetzt sind wir da auch schnell her, oder? Na ja, dann können wir schneiden. Ist das richtig überhaupt drin, ne? Weil wenn das nicht angeht, das heißt, äh... Wo ist denn mein? Achso, mein Mixer ist nur für Eiweiß, ne? Das ist dein Mixer. So, ich muss halt jetzt ein bisschen nach Schnauze. Das kannst du auch mit Hähnchen machen, ne? Das kannst du auch mit Hähnchen machen, ne? Das geht genauso gut. Ja. So, Schulz. Wenn du jetzt mal ehrlich bist, schmeckt das gut? Alter, ohne Scheiß. Schatzi, komm mal her. Das schmeckt gut. Ohne Scheiß. Komm mal her. Das schmeckt wirklich gut. Das schmeckt wie eine Fischsuppe. Ja? Das wäre schon nicht verstanden, warum die Leute so einen Schuss machen. Das ist nicht eklig. Das ist lecker, das ist eklig. Das ist nicht eklig, kein Scheiß. Probier's. Ja. Jetzt ohne Witz. Geht klar. Ja? Ist das jetzt eklig? Ne. Das ist eine warme Fischsuppe. Eben, das ist eine warme Fischsuppe. Das warme Wasser ist das Geheimnis. Ja, ja. Ich hab's mit Kalten gemacht, das war nicht so. Wie eine warme Suppe. Eine kalte Suppe ist schwierig. Eine warme Suppe, ein bisschen Wasser. Nee, mach mal. No. Und dadurch, wenn du noch ein bisschen Tomatenmark dran hast, das ist jetzt ein bisschen das Tomatenmark, wo das Rot wird, dass du noch ein bisschen den Tomategeschmack bekommst, Salz, Pfeffer. Ja gut, wie machst du das? Du machst Tonfisch, Salz, Pfeffer, Tomate. Naja. Und jetzt haust du es halt rein, dass du es trinkst. Bommel. So, das sind jetzt zwei Gläser, dann hast du noch schön 50er Malweißer gezimmert. Das ist halt rumpfisch, ne? Kann man den Mixer noch verwenden, oder? Ja. Alicia, was passiert mit dem Mixer jetzt? Ja, wird hier geputzt. Alicia, Alicia lenkt den aus jetzt, ne? Ja, der wird geputzt. Ja, das lenkt den aus jetzt, ne? Der wiegt und nimmt dann gleichzeitig. Alles gut. Also ich trinke das immer wieder gern. Mhm. Ich mag's. Ich bin oft nur zu faul. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde das viel öfters trinken. Ich bin zu faul, sauber zu machen. Mhm. Das ist schon das Mühsame, sagen wir so nochmal. Ja. Aber der Markus, der macht das schon, ne? Ich lass es dann stehen, geh weg, schnell. Und das ist halt sehr leicht verdaulich auch. Also es geht gut rein. Kannst du auch Reis, hab ich auch gemacht. Oder Reiswaffeln. Wenn du jetzt 100 Gramm Reis reinmachst, oder Reiswaffeln, auch dazu ein bisschen mehr Wasser, und dann hast du nur... Kannst du ja essen mixen, das ist ja klar, ob hier. Also du kannst alles im Mixer jagen. Normale Fisch, Seelachsfilet kannst du genauso machen. Ich hab ja auch als Thunfisch schon Frikadelle gemacht, kannst du genauso machen. Ich bin immer wieder begeistert, wie lecker das schmecken kann. Ja, nein, es hat mich gerade auch sehr positiv nochmal überrascht. Bist du kurz? Ja. Und du hast genau wie mit dem Knoblauchsalz deine Ruhe. Für alle Männer, die schon länger zusammen sind mit ihrer Frau oder Freundin, Thunfisch-Protein-Shake. Mit Knoblauchsalz. Stabil. Und so, das musst du jetzt alles. Viel Erfolg. Hast du das? Hast du das? Lecker. Ciao.